Hallo zurück bei Bildungshacks, ein Format der Werkstatt der Bundeszentrale für politische Bildung. Heute geht es um Gendersensibilität in der digitalen Bildung. Darunter versteht man unter anderem die Wahrnehmung und Berücksichtigung unterschiedlicher Lebenssituationen und Bedingungen von Frauen und Männern. Im Zusammenhang mit digitaler Bildung stellt sich die Frage, wie Mädchen und junge Frauen für einen selbstbewussten Umgang mit digitaler Technik bestärkt werden können. Denn auch an der Digitalisierung haben nicht alle gesellschaftlichen Gruppen gleichermaßen teil. Der Begriff Digital Gender Gap umschreibt die digitale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Laut dem D21-Digitalindex erreichen Frauen in den Bereichen digitale Kompetenzen, Technikzugang und Technologieorientierung geringere Werte als Männer. Diese Lücke entsteht schon bei Kindern und Jugendlichen und schlägt sich später in der Arbeitswelt nieder. Noch immer sind Frauen auch in digitalen, technischen und naturwissenschaftlichen Berufsfeldern unterrepräsentiert. Nur 16 Prozent aller Beschäftigten im Digitalbereich sind weiblich. Mittlerweile gibt es Initiativen, um Mädchen und junge Frauen frühzeitig in technischen und naturwissenschaftlichen Interessen zu bestärken. Dieses Ziel verfolgen beispielsweise der Girls' Day klischeefrei oder You-Code-Girls. Sie wollen dazu beitragen, Stereotypen abzubauen und eine klischeefreie Berufswahl zu fördern. Dafür setzt sich auch Sophie Reimers ein. Sie ist Fachreferentin für Jugendmedienschutz. Sophie, welche Möglichkeiten bietet die Digitalisierung für geschlechtergerechte Bildung? Grundsätzlich ist es ganz wichtig, Mädchen und jungen Frauen Zugang zu digitaler Technik zu ermöglichen. Dazu sind Räume wichtig, die einladen zum Ausprobieren, die niedrigschwellig sind, wo auch Fehler gemacht werden dürfen und wo man Schritt für Schritt dazulernen darf. Ein anderer Bereich, in dem Fachkräfte ansetzen können, ist der Bereich des Mentorings. Mentoring-Projekte gibt es ja schon, zum Beispiel die Medienscouts gibt es in einigen Bundesländern, auch in Brandenburg. Und hier können Fachkräfte darauf achten, dass auch Mädchen die Rolle der Mentorin übernehmen und sich so auch gegenseitig bestärken in diesem medienpädagogischen Bereich. Und als drittes Feld sehe ich den Bereich der Repräsentation. Also Kinder und Jugendliche entwickeln ja Zukunftsvorstellungen anhand dem, was sie so in ihrem Umfeld kennen. Nicht nur analog, sondern auch digital. Das fasst sich auch unter dem Begriff der Possible Selfs, also Zukunftsvorstellungen von sich selbst, sowohl positiv als auch negativ. Und hier haben Vorbilder auch einen großen Einfluss. Und insofern ist es wichtig, diverse Rollenbilder und Biografien zur Orientierung auch anzubieten. Hier sind auch soziale Medien ein wichtiger Bezugspunkt. Welche Rolle spielen sie denn bei der Verfestigung von Geschlechterstereotypen? Und wie können Lehrende dem im Unterricht entgegenwirken? Je nachdem, wem wir folgen, wie wir soziale Medien nutzen und wie unser Algorithmus auch entsprechend funktioniert, nehmen Geschlechterstereotype natürlich stärker oder weniger stark Einfluss. Bei Kindern und Jugendlichen, die sich auf digitalen Plattformen bewegen, also YouTube, TikTok, Instagram, sind diese Stereotype allgegenwärtig und prägen auch, wie sie sich selber darstellen und wie sie ihre Identität entwickeln. Und hier können Fachkräfte ganz klassische Werkzeuge der Medienkritik und Analyse nutzen und so mit den SchülerInnen ins Gespräch kommen darüber, mit welchem Ziel wird bestimmter Content produziert, von wem, welche Rolle spielen hier bestimmte Geschlechterrollen, was erzielt Reichweite und so weiter. Und natürlich hat der digitale Raum auch viele Vorteile im Vergleich zum klassischen Schulbuch beispielsweise, wo einfach weniger diverse Rollenbilder vorhanden sind. Und im digitalen Raum finden sich diese sehr viel und können auch in den Unterricht integriert werden. Also zum Beispiel Expertinnen zu Wort kommen lassen, Beispiele dafür wären der YouTube-Kanal MyLab oder die YouTuberin Achnina oder auch die Klimaforscherin und Astronauten-Kandidatin Insa Thiele Eich. All das kann im Unterricht genutzt werden. Grundsätzlich ist es einfach wichtig, darüber nachzudenken, wie Kinder und Jugendliche durch die unterschiedlichen Rollenbilder beeinflusst werden. Halten wir fest. Um geschlechtergerechte Bildung zu fördern, ist es wichtig, sich Geschlechterstereotypen bewusst zu werden und technisch-naturwissenschaftliche Interessen zu stärken. Dabei helfen einladende, offene Räume zum Ausprobieren. Mentoring-Programme für Mädchen und junge Frauen, das Sprechen über Repräsentation in den sozialen Medien und diverse Vorbilder. Damit sind wir auch schon wieder am Ende von Bildungshacks. Weitere Inhalte der Werkstatt findet ihr auf unserer Website, bei Twitter, Instagram und YouTube.